Guten Tag! Hallihahllo und willkommen zu Part 3 meines Let's Plays zu God of War. Ich habe mir die ersten zwei Let's Plays mal ein bisschen angeguckt und habe ein paar Mängel festgestellt. Die habe ich jetzt behoben, zum Beispiel weil ich das Mikrofon über eine separate Aufnahmequelle aufnehme. Und weil ich das Spiel über Lautsprecher ausgebe, hat man im Hintergrund immer das Spiegel gehört. Also das war irgendwie doppelt. Das habe ich jetzt behoben. Was mir auch aufgefallen ist, ich atme ziemlich laut. Das will ich künftig auch besser machen. Also ich meine, ich muss natürlich irgendwo atmen, weil sonst kann ich nicht spielen. Aber vielleicht ein bisschen weniger oder vielleicht öfter das Mikrofon muten. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, also wenn ihr irgendwie Kritik oder sowas habt, besser gesagt Feedback, muss man ja heutzutage so nennen. Also wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben und mir so mitteilen. Dann legen wir mal los. Was stinkt hier so? Du! Du stinkst! Das Hellläufer! Sie sind unberührt! Sieh doch! Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch! Fleisch! Ähm, wir? Hm, Fleisch! Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten! Fleisch ist gut! Fleisch abschaden! Immer nur ein bisschen! Diesen Kampf kämpfe ich allein! Ich habe versucht, Spardust Rage zu aktivieren, aber es hat nicht funktioniert. Ja! Möge sie! Meine Angst werde, nicht. Es geht fast, nicht. Ich bin hier. Nein! Es geht nicht! Ich bin hier. Na, mir geht es. Ah! Es geht gut, Ned. Ih, was machen die da? Spuchteln! Junge! Geh vom Tim runter, du Sack! Du Kinderschänder! Alles klar. Hat er dich angefasst? Hat er dich von hinten angegriffen? Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine Leiterreise. Ja, verschließ dein Herz vor der Männerliebe. Das brauchen wir nicht. Ich erledige das. Toll, Schlümpfe. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das darf ja nicht wahr sein, oder? Mann, ich wollte doch gar nicht, dass du mich triffst. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht, dass er mich triffst. Das wollte ich nicht. Scheiß drauf. Wollen wir jetzt zu Risky nicht, da ist er schon wieder verreckt mehr. Sie kam zurück. Es ist vorbei. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Hier. Also da sind wir hergekommen. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir hoch. Ne. Aber da vielleicht. Ja. Finde etwas, um mich hochzuziehen. Was denn? Ein Schwerlastkran, oder was? Wir sollen ja dich hochziehen. Wiegst du doch mindestens vier Tonnen. Fettsack. Ne, Fettsack nicht, aber ein Berg von Muskeln. Hallo? 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 Kette. Hier drüben ist eine Kette. Oh. Ah. Atreus. Die Kette. Die Kette. Klar. Ich hab's dir schon fünfmal gesagt. Jetzt mach hin. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Hm. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Er hätte dich getötet und danach vergewaltigt. Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment. Nein. Ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal... Naja, durch. Die Kette runterlassen. Na los, komm. Ich bin bereit. Ich bin schon seit vier Stunden bereit. Ich warte nur auf dich. Hör mir zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Ich verstehe. Hm. Wo kommt das her? Ja. Wer ist das? Oh. Was ist das für ein Viech? Odins Augen? Okay. Was klebt da in meinem Rücken? Ach du sind doch das Kind. Einfach aus dem Nichts angesprungen kommen und sind nicht. was ich an meinen Rücken heftet. Ich finde das geil. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier runter springe, komme ich nicht mehr hoch. Ich kann da auch gar nicht runter springen. Woher wartest du? Jetzt komm schon! Woher wartest du? Ha. Also gut. Der da hinten braucht unsere Hilfe wahrscheinlich. Dann gehen wir doch mal da hin. Dann gehen wir doch mal da hin. Hier ist eine unsichtbare Wand. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Blätter. Na gut. Du hattest recht. Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Und du musst dein Schnumpf sein. Oder? Wer heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt. Wie ich heiß. Also habe ich es auch nicht. Und du? Rock. Peralogl. Das ist zwar einen einfachen Namen. Den kann ich mir besser merken. Aber ich nenne dich trotzdem Papa Schlumpf. Sag mal. Du wirst es mir nicht glauben. Aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Das glaube ich dir nicht. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken. Außer uns beiden. Ja. Du musst sie gut behandeln. Sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also was sagst du? Ha! Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Ah, digrbikia, dombr, bagrauf. Das war das Zeichen von meinem Bruder und ihr, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Ausnahmsweise. Dann verbessere sie eben. Wenn es unbedingt sein muss, dann verbessere halt meine Axte. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ach, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Rüsten wir dich aus! Zwergen, ja. Hier können sie Ausrüstung verbessern. Hier können wir eine völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücken sie. Falls hast du nach rechts. Um das Verbesserungenmenü aufzurufen. Na gut. Hm. Dann machen wir das doch mal. Ähm. 3. Ja, ok. rennen. Ok. 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 Da habe ich jetzt überhaupt ein Attribut ausgewählt. Ja, die Stärke hat sich verbessert, okay. Gut, wunderbar. Ah, das kann ich jederzeit einkaufen, das Zeug, Fähigkeiten, das ist ja cool. Gut. Neue Ausrüstung, ja, ich könnte eigentlich mal ein bisschen was besseres an Rüstung anziehen, das stimmt. Aber das kostet ja Unmengen an Hacksilber, das weiß ich nicht, ob ich das mir kaufen möchte. Ist das jetzt richtig, beides kostet 5000. Na gut. Du hast ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt so verschiedene. Ach nein, ich trottel, ey. Oh scheiße, jetzt habe ich einen Haufen Hacksilber ausgegeben und zweimal dieselbe Art von Rüstung hergestellt. Das war natürlich behindert. Äh, ich meine, natürlich, das war doof. Sorry. Na gut. Ähm, tja, egal. Ist jetzt halt passiert, kann ich auch nichts dran ändern. Ah, gut. Der Junge kriegt nichts. Kann ich mir nicht leisten. Na gut. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na gut. Ja gut. Schleudere deine Angst. Ist der hinter noch Platz für mich? So lange du nichts kaputt machst, du? Der hat mir doch einmal gut geholfen. Der Klaue, der soll herkommen mit mir helfen. Boll. Oh, oh. Du siehst du, was ich vollbracht habe? Aniba. In Scheißenotab bin ich, in Scheißenotab. In Scheißenotab bin ich, in Scheißenotab bin ich, in Scheißenotab. In Scheißenotab bin ich, in Scheißenotab bin ich, in Scheißenotab. Ne, ich verkaufe das jetzt nicht wieder. Ich habe mir überlegt, ich könnte es ja wieder zurückverkaufen, aber... Kann ich spiele auch noch. Vielleicht muss ich nochmal hier vorbeikommen oder wenn ich noch so einen Händler trifft, wer weiß. Schauen wir mal. Schön. Was haben wir hier? Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack nennen. Hey, undankbares Pack, komm hierher. Ich glaube, das hier ist optional. Das heißt, da gehen wir mal zuerst hin. Und schon haben wir wieder Hacksilber. Sehr schön. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du. Bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen rein. Verstanden. Das ist gut. Oh, warte. Wir sind wieder hier. Ja. Stimmt, hier wollte ich auch noch was machen. Wolle dich eigentlich noch was machen? Hm. Aha. Aha. Was? Noch einen? Noch ein Siegel. Das gibt's ja nicht. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das wird ja da. Sehr schön. Was ist das da drüben? Oh ja. Einen noch. Einen noch, da krieg ich endlich mehr Health. Oh ja. Was ist das? Was ist das da oben? Hm. Klar, dass die Axt nicht schmeißen kann, wenn sie nicht drauf ist. Hey, passt da drin gut auf euch auf. Dort könnt ihr echt ganz leicht drauf gehen. Ich kann überall leicht drauf gehen, dazu muss ich nicht da reingehen. Ach, hier kommt man sogar wieder zurück, okay. Das war aber in der Vergangenheit nicht so, oder? Oder täusche ich mich? Ich glaube, hier kommen wir durch. Und wieso glaubst du, dass wir hier durchkommen? Kannst du mir mal verraten, wieso du das glaubst? Vielleicht hier durch. Wo? Wo denn? Vielleicht hier durch. Hier lang. Hm. Das geht. Schön. Sieht ja einladend aus. Hm, nice. Also aus dem Stahl kann ich mir... Hallo. Hallihallo. Uhu. Uhu. Aus dem Stahl kann ich mir bestimmt nachher auch noch irgendeine Rüstung fertigen, weil das Zeug bekomme ich ja auch auf und sagen, ich hätte dich das auch verkaufen müssen, aber naja. Wir werden sehen. Kommst du? Warte da. Na gut, dann warte auch. Ich dachte, das wäre so gedacht, dass man die Gegner mit der Stacheldecke zackwitschen kann. Also boot dann halt nicht. Es ist es für einen의 Scherdecke, sondern gäbe für einen Stacheldecke. Ich habe eben Mit dem möchte ich nichts abschließen. Das ist ein Problem, das ist ein Problem. Das war's. also gut dann halt zum dritten und letzten mal hoffentlich was ist hier? was kann ich hier machen? oh oh okay die mechanik ist für dieselbe funktion verstanden Hacksilber, yeah ja ich mag ja Hacksilber eigentlich deswegen so sehr, weil ich insbesondere Hacks mag und Silber finde ich auch nicht so schlecht jetzt Junge aber Hacks mag ja jeder eigentlich denke ich mal also ich meine außer Vegetarier und Veganer das einzige was vielleicht noch besser ist als Hacksilber ist Hack Gold aber das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden schauen wir mal was da noch geht vielleicht findet man das auch noch hm wusste nicht ob wieder heil rauskommen glaub mir ich lasse uns nicht sterben hm 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 ja hm bekomme ich dann meinen dritten Idun Apfel und kriege Lebensenergie dazu das wäre ja geil das wäre ja richtig geil hm 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 wir sind wieder hier ach was hm 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 Okay. Gut, also ich habe mich getäuscht, ich muss es doch nicht zum letzten Mal machen, eben. Ähm. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Also, wenn ich das richtig sehe, dann ist da doch da oben sowas blaues leuchtendes, oder? Das müsste das letzte Siegel sein, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll, verdammt. Oh. Das war jetzt so nicht geplant. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Dann wird sie noch leben, wahrscheinlich. Ja, komm, jetzt gib ihm doch mal einen Schulterklopfer. Komm, Junge. Nein, ich will noch mal zurück. Halt. Halt. Ich muss an dieses dritte Siegel kommen, unbedingt. Ich habe es nicht erwischt. Das ist doch da, oder? Ich will noch mal wieder. Ach. Mann, wie blöd. habe ich nicht schon drei zerstört ich dachte hier drei kopf ja 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 naja gut ist auch nicht schlecht ist der tot mhm scheint so gut 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 das sehe ich doch jetzt schon was vielleicht ist sie irgendwo ein hinweis scheiße ich habe nicht zugehört niemals werden wir zwei zu dritt allein gemeinsam sein oder so ähnlich oder so ähnlich lesen nochmal vor ich glaube die ringe müssen sich drehen ja das habe ich schon vor dir gewusst also meine axt hat bisher eigentlich noch jedes problem gelöst mit der hand kann ich es auch nicht drehen oder mal überlegen mal 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 das Das wird aber wohl nicht das Ganze eine Lizenzlösung gewesen sein, oder? Ja, ein bisschen zu einfach. Ich muss es wahrscheinlich irgendwie anhalten. Okay, ähm, mal überlegen. Ach was. Okay, verstehe. Hat sich noch nicht viel getan. Nee, das passt noch nicht so ganz. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß noch nicht. Ich sehe Runen. Ja. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kindlos. Es ist was passiert. Hat geklappt. Gut. Wir schauen uns ja aber erst nochmal um. Weil ich glaube, da geht es dann auch wirklich weiter. Und ich könnte mir vorstellen... Okay, ich hätte mir vorstellen können, dass es da noch was gibt, aber scheinbar kommt man da nicht hoch. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froh, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Okay, eine blaue Rune sieht aus wie zwei Fahnen, die in entgegengesetzte Richtung wehen und eine Krone und ein Kreis. Das sollte ich mir vielleicht merken. Die sieht etwas anders aus. Weiß nicht, muss ich mir das merken oder ist das halt einfach da? Da geht es weiter, okay. Auf jeden Fall. Die Decke. Steindecke. Junge, diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Nee, sorry. Da kann ich nicht mehr hoch in der... Da sind wir zuerst da hoch. Ach. Da komme ich gar nicht hoch. Aber da ist doch irgendwas. Ich höre doch da ein Fochel oder so. Ist doch bestimmt wieder so eine... türkis... farbene, durchsichtige, halb durchsichtige Krähe. Ach, da komme ich sogar wieder hoch wahrscheinlich. Ach, das ist der Vater von einem anderen Typen, den ich schon mal umgebracht habe. Hallo. what? Oh. Also, hätte ich einen Weg zu erzeugen. Ich mache das mit genau derselben Taktik, wir schmeißen dann doch nur die Axt. Ich mache das mit, ich mache das mit. Das ist schon sehr lange gedauert, ne? Das war ja im Kopf mehr Schale, vielleicht? Das war ja im Kopf. 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 Der hat auch nix mehr. Das war ja im Kopf. 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 Also ich werde das hier sauber runterspielen und nichts überstürzen, ich habe es schon fast geschafft, ich werde auf keinen Fall sterben. Auch wenn das jetzt etwas länger dauert mit dem Axtschmeißen noch, aber mein Gott. Lieber nicht getroffen werden, weil ich kein Ziel mehr habe. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. das war's mit seinem kopf ab mit seinem kopf schön schwerer runenangriff hey cool was steht die morgen stehen für die drei die morgen sie bringen nichts gutes gut wo muss ich hin ich muss irgendwie da hinten hochkommen vielleicht also wenn wir noch so eine ohne brauche ich auch sag mal der ist doch wieder dieser vogel ich höre den doch schon wieder jetzt habe ich ihn entdeckt die die Und jetzt? Ja, was und jetzt? Jetzt versuchen wir halt die Truhe zu aufzumachen, oder? Das hast du ja schon denken können, dass wir das versuchen, normalerweise. Also gut, man muss sie auch in irgendeiner Reihenfolge benutzen wahrscheinlich. Hm, fragt sich nur in welcher. Es gibt ja zum Glück nicht so viele Kombinationen, drei Stück. Ja. Also gut, da hinten geht's weiter. Ja, wo ist diese scheiß dritte Rune, ey? Und wo gehen wir jetzt hin? Ach, Mensch, da ist es doch. Vielleicht muss man sie auch einfach nur schnell genug voneinander mit. Das muss ja auch sein. Das muss ja auch sein. Fuck. Ja, ich glaub, so muss es sein. Also gut, dann fangen wir mit der hier an. Schade. Das funktioniert nicht. Das funktioniert okay. Sehr schön. Ein Apfel. Ja. Perfekt. Oha, und gar nicht mal unerheblich. Das find ich gut. Ach so. Der hätte ja mal gleich drauf kommen können vor allem. Das hab ich jetzt. Heh. Dann können wir da auch gleich hoch. Da ist die Kette runde. Danke. Hier, Junge. Interessant. Sollte ich mir aufschreien. Na gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Versuchen, den Eber oder den Kyler oder was auch immer zu töten. Wäre doch gedacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Kyler magisch? Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Kyler aus. Dann hinterher. Hm. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Manche Leichen sind wie so älterischen Toten Dinger. Ach ja. Ich verstehe nie, wie der die nennt und ich kann mir das auch nicht merken. Also nenne ich sie einfach Morlocks. Die Morlocks waren hier. Sind da noch Morlocks? Ist der tot? Ein Sicherheits-Axt-Wurf. Ja, toll. Uch, ja. Ja. Ich war jetzt nicht so recht, wie ich das gemacht hab, aber cool. Gefällt mir. Das ist wohl der schwere Runenangriff. Packsilber. Da müssen wir noch hoch. Wie kommen wir da hoch? Hier. Truhe. Truhe geöffnet. Packsilber. Da, er ist unter der Säule durch. Die hebe ich mal gespinnen hoch. Ja. Aber jetzt. Ich schaff das. Ja. Das will ich aber auch meinen. Ellbogen hoch. Hand ruhig. Entspannen. Und ganz durchziehen. Präzision vor Tempo. Und ganz durchziehen. Ja. Verlieren nicht. Du hast ganz durchziehen vergessen. Weil ihr überhaupt dick ist und dein Messer ist verloren. Depp. Was ist denn das für eine spannende Musik hier? Also, dazu muss ich tanzen. tütütütütütütüt rar rar ok genug rumgealbert wo bist du? schnell weiter das ist schon das hat schon nen coolen Beat Atreus! Entschuldigung, also gut, jetzt aber wirklich. Wieso antwortet der Bengel nicht, verflickster, lause Bengel? Das hast du gefertigt, das tut mir leid. Arthreus! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht, er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Ich würde einen besseren Freund abgeben, wirklich. Sie, Übungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld, ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Das erinnert mich an Karate-Kid. Greifen, halten, auftragen, polieren. Gut, jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. Sunan Fucker. Sunan Fucker. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Freilich. Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greisa. Hier lang. Und wieder bin ich gezwungen Ja, unendlich langsam zu laufen. Wenn ich noch langsamer laufe, dann laufe ich rückwärts. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie. Sie ist tot. Wir bringen Ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war Ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Ihr habt mich doch selbst mit dem Baumstamm schneller bewegt. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, weißt du denn gar nichts über Hexen? Jeder weiß, dass Hexen in riesigen Schildkröten, die Bäume auf dem Buckel haben, wohnen. Und hier habe ich doch auch schon umgebracht. Hexen. Kann ich den Sch marken, das war. Alles. Geh. Ich kann nä driven beiden aus. Segre. ich bin auf den kreis da hält ihn ruhig lebst du allein das ist besser so ja mein vater mag leute auch nicht aber stimmt ich brauche zwei dinge frische rotwurzel wird hinter dem haus bringst du mir ein büschel davon was noch ich ich weiß du bist ein gott nicht von dieser welt aber du bist einer er weiß nichts oder von deiner wahren natur oder seiner ein das geht dich nichts an die götter dieser welten sind außenseiter nicht wohlgesonnen glaubt mir ich weiß es wenn sie euch finden was sie werden wird es sehr schwierig der junge wird fragen stellen das ist dann mein problem was auch immer du verbirgst du kannst dir nicht ewig beschützen aber du hast recht geht mich nichts an ich brauche auch daten schaum kraut eine weiße blume in meinem garten eine handvoll klar daten schaum kraut jo das machen wir heute aber nicht mehr oder zumindest jetzt nicht mehr denn an der stelle mache ich wieder schluss danke fürs video gucken wie gesagt fragen anregungen feedback könnt ihr gerne in die kommentare schreiben und bis dahin noch einen guten zock so long bye bye wünscht eu du 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017